Zum Schreiben hatten wir noch die Schiefertafel, da hängt ein Griffel dran und ein Schwammerl und ein Fetzal, wo man das wieder abwischen konnte und mit dem Fetzal trocknen und in der zweiten Klasse dann schon schön schreiben und dann konnten wir schon mit Tinte schreiben und da hatten wir Feder und einen Federstiel und dann vorne so ein Pult und da war das Tinkenfass in einer Vertiefung drinnen und da musste man schon mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht patzte, weil das wurde schon klassifiziert, wenn es einmal viel Patzen im Heft war, dann war da schon keine gute Note da hinaus, da mussten wir schön den Platz einteilen, auch dass man das Heft auch voll schrieb, da wurde auch gespart. Ja, und wir bewegen uns jetzt mit dem Auto hinunter zur Brockmannschule, ja, da sind wir beide Damen zur Schule gegangen. Und von den Schulfächern, kann man sich darauf erinnern? Alle Fächer, ja, schreiben, Deutsch, ja, rechnen Deutsch, ja, Englisch hat es gegeben. Und ich als Kind habe mich so geärgert, habe mir gedacht, jetzt sind die Engländer unsere Feinde und wir sollen diese Sprache lernen. Aber die Klassen, wie waren die Klassen? Da waren aber nur Mädchen. Da waren nur Mädchen, nur Mädchen. Ja, wir haben den unteren Eingang benutzen müssen. Oben waren die Bogen. Woher? Also vor 74 Jahren sind wir in die Schule, in die Hauptschule gekommen. Und jetzt gehen wir wieder rein. Ist alles gleich, ist alles gleich, es ist nur gefärmt. Jetzt war ich 70 Jahre, wenn mich da erinnern, in dem, in diesem Geräusch und dann ist ق incidents mit dem Geräusch, sagte ich meine, also留Eng。 Wobei das in der Kiri werden gehen? Und dann gehen wir wieder.